Eine wirklich tolle Neuerung in Adobe CC 2019 ist inhaltsbasierte Füllung. Früher, wenn ich zum Beispiel dieses Gestrüpp oder diesen Busch hier weghaben wollte, ging ich und habe mir mit dem Polygonlasser zum Beispiel eine Auswahl gemacht und dann unter Bearbeiten, Auffläche füllen, Inhaltsbasiert. Es kam dann ein Resultat heraus, bei dem eventuell, wie Sie jetzt sehen, wenn der Berg oder die Bergkette von oben inhaltsbasiert in meine Auswahl hinein kopiert wurde. Das möchten wir natürlich nicht. Neu haben wir unter Bearbeiten Inhaltsbasierte Füllung. Es öffnet sich eine Art Plugin. Ich werde mal die Ansicht hier ein bisschen hereinzoomen. Und ich kann jetzt mit dem Pinselwerkzeug in diesem Plugin Bereiche markieren, welche ich nicht in meine Auswahl herein kopiert haben möchte. Somit werden Bereiche vom Inhaltsbasierten Füllen ausgeschlossen und es wird darauf geachtet, dass nur solche Bereiche herein kopiert werden, die auch wirklich der Umgebung entsprechen. Also da die Möglichkeit, rechts auch noch gewisse Einstellungen zu tätigen. Wir haben hier zum Beispiel die Helligkeit der grünen Farbe, die wir einstellen können. Wir können natürlich die Farbe auch ändern. Wir können hier ein helles Rot oder was Sie mögen auswählen. Und wir haben Farbanpassung, Fülleinstellungen, welche jetzt mit der Standardeinstellung für dieses Bild ganz optimal waren. Ich zeige mal sehr hoch, was da geschieht. Sie sehen, ist nicht unbedingt optimal. Also bei diesem Bild wäre die Standardeinstellung Farbanpassung sicher geeigneter. Drehungsanpassung, das möchte ich dann im nächsten Bild zeigen, wo ich ein Segelschiff aus einem Bild herausnehmen möchte. Da dieses Beispiel dann im nächsten Bild. Wir können skalieren und spiegeln. Auch das möchte ich dann zeigen in einem weiteren Bild. Wichtig, wir können die Korrektur auf eine neue Ebene, auf die aktuelle Ebene direkt verschmelzen oder eine Ebene duplizieren. Ich bevorzuge hier meine Retusche auf eine neue Ebene zu legen. Wenn ich das bestätige und die Auswahl aufhebe, dann sehen Sie, habe ich die Retusche auf einer separaten Ebene und könnte jetzt auch noch Feinschliff, Feinkorrekturen anbringen. Das eine doch brauchbare Neuerung in Adobe Photoshop CC 2019. Und nun ein nächstes Bild mit dem gleichen Werkzeug. Wir sehen uns beim nächsten Bild.